Moin Leute und heute geht es um Gran Turismo Sport und zwar das Hauptthema natürlich die Demo die gerade draußen ist. Ja Leute ich habe natürlich die Demo ein bisschen durchgesuchtet, muss man auch ehrlich zugeben und ich habe natürlich für euch hier ein paar Beispiele, Feedbacks und natürlich auch noch meine eigene Meinung zum Spiel generell und auch zur Demo natürlich. Aber das seht ihr natürlich jetzt einfach jetzt. Na gut, als erstes muss man natürlich sagen, das Spiel ist ja generell weltbekannt. Gran Turismo ist natürlich ein Rennsimulator, also was erwartet man natürlich davon? Man kann Renn fahren, genau das kann man in der Demo auch tun, aber nun leider in der Anfangszeit wo die Demo rauskam, ja da konnte man nicht spielen, also jedenfalls nicht Rennspielen, da die Server überlastet waren. Ja Leute, die Server waren überlastet, da es etwas mehr als über eine Million Spieler gab, die das Spiel natürlich zocken wollten. Natürlich waren die Server dadurch einfach überlastet, da man ja nicht mit gerechnet hatte, dass sich wirklich für so viele die Demo runterladen. Na gut, das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber macht ja nichts bei einem guten Spiel. Es geht ja ums Spiel und generell die Serverprobleme sind ja jetzt generell behoben. Und Leute, was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, die Demo sollte eigentlich schon am 12. geschlossen werden. Aber Leute, die Demo ist immer noch offen. Ich schätze mal, es ist so eine Art kleine Entschuldigung, da es am Anfang Probleme gab mit den Servern. Aber Leute, die Demo ist lustigerweise immer noch spielbar, beziehungsweise netterweise natürlich. Und ja Leute, ich finde das ist auch ein richtiger Pluspunkt, da sich die Entwickler auch wirklich für die Leute einsetzen, beziehungsweise sagen, ja komm, gehen wir denen noch einen Tag, zwei oder das ganze Wochenende, keine Ahnung, wie die es jetzt planen werden. Auf jeden Fall sehr korrekt von denen, muss man auch mal nebenbei sagen. Na gut, generell das Gameplay ist natürlich einzigartig und vor allem auch noch richtig, richtig geil. Also ich finde persönlich, das Spiel macht richtig Bock. Also das Gameplay ist wirklich richtig gut gemacht. Natürlich, die Grafik ist, wie soll man es sagen, hammermäßig. So, ich habe natürlich hier noch so ein Lenkrad gekauft dazu, damit es ein bisschen mehr Fahrfeeling aufkommt. Und ja Leute, es hilft wirklich. Auch wenn es ein bisschen mit dem Lenkrad schwierig ist, am Anfang, da ich da vorher den Controller gezockt habe. Aber ja, es ist möglich und ja, es macht auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Spaß. Aber es gibt natürlich auch noch negative Seiten noch dazu. Wie ihr gerade hier seht, habe ich ja in der Kampagne so ein paar Missionen noch nicht, angeblich noch nicht gespielt. Tja, aber leider seht ihr ja gerade, dass ich da Platz 1 bin, obwohl ich es dann noch nicht gespielt habe. Zwinker, zwinker. Das liegt daran, dass das Spiel am Donnerstag, den 12.10. war mir abgestürzt ist, auf gut Deutsch gezeigt. Denn ich bin ein Rennen gefahren, was glaube ich eine Stunde, vielleicht auch eineinhalb Stunden ging, bin ich da gefahren. Und am Ende des Rennens kann man mit die Federmeldung, ja, keine Verbindung möglich, konnte nicht abgespeichert werden. Da denkt man sich, ja toll, eineinhalb Stunden umsonst, aber das wäre ja noch nicht dramatisch. Nein Leute, nachdem ich dann die Meldung bestätigt habe, war es einfach schwarz. Und da denkt man sich so, ja geil, ne, so einfach mal Spiel neu gestartet, irgendwann nach ein paar Minuten, weil man keinen Bock hat, mal zu warten. Und ja, was muss man feststellen, Leute? Mein Spielstand ist weg. Ungelogen, Leute, mein Spielstand wurde gelöscht, beziehungsweise nicht komplett gelöscht, nein, mein Spielstand wurde auf den ersten Tag zurückgesetzt, beziehungsweise die ersten zwei Tage, weil ich mich da erspielt hatte. Denn ich hatte, wo das Spiel abgestürzt ist, um die 285.000 Ingame-Währung, wie man es auch immer nennen möchte. Und ja, nach dem Reset hatte ich dann noch 170.000, 160.000, also irgendwie sowas. Also mir fehlen wirklich 100.000, 120.000. Also Leute, mir fehlt ungefähr ein kompletter, beziehungsweise zwei Spieltage. Das ist schon irgendwie recht belastend, wie ich finde, denn man kann ja das Geld ja überweisen auf den anderen Charakter. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich ja kein Geld habe. Also hat mich schon ziemlich geärgert, da ja auch manche Fahrzeuge nicht mehr da waren, die ich mal hatte und so weiter und so fort. Aber Leute, was wir erwarten, ist es halt eine Demo. Ist natürlich mega ärgerlich, dass sowas überhaupt passieren kann. Ich meine, ihr seht es ja, Leute, da bin ich über Platz 1 und angeblich habe ich es noch nicht gezockt. Aber das stimmt ja nicht, ich habe es doch gezockt. Aber, naja. Natürlich auch irgendwie ein Nachteil an einer Demo ist, dass das Spiel nur online abgespeichert werden kann. Das bedeutet, du brauchst eine Internetverbindung, um überhaupt die Demo spielen zu können. Da, wie gesagt, nur manche Sachen freigeschaltet sind, so wie ja jetzt in Demo auch, aber dass man dafür nicht zwingt eine Internetverbindung braucht. Denn die Kampagne kann man ja ohne Internet spielen, reihe theoretisch beim echten Spiel oder sonst irgendwelche Sachen. Natürlich, wenn man gegen andere Spieler fahren möchte, also Online-Spieler, dann muss man natürlich auch online sein. Ist ja ganz logisch. Aber ich finde, so welche Sachen könnte man auch im Offline-Modus machen. Denn dann wäre vielleicht auch mein Spielstand nicht gelöscht, beziehungsweise nicht zurückgesetzt. Das ärgert mich immer noch, Leute. Das sage ich ganz ehrlich, es ärgert mich immer noch. Aber man muss einfach sagen, es macht einfach Bock. Ich habe die Mission einfach nochmal gespielt. Ja, die Fahrzeuge, die ich hatte, die sind halt jetzt weg. Ich habe die jetzt leider nicht genau exakt nochmal bekommen. Ja, im Gegenteil, ich habe die leider ein bisschen schlechter bekommen. Aber ist jetzt auch egal. Meine Güte, es ist passiert, dann ist es halt so. Aber natürlich, irgendwie muss man auch eine Empfehlung mal rausgeben für das Spiel. Denn ohne Witz, Leute, das Spiel macht einfach Bock. Es ist einfach so. Es hat auf jeden Fall einen Suchtfaktor. Und es macht mir mega viel Spaß, das zu spielen. Deswegen, Leute, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, probiert es aus. Und überzeugt euch einfach selbst. Denn das Gameplay sieht ja schon hammermäßig aus. Natürlich kann man in der Demo noch nicht alles spielen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was alles in der Vollversion möglich ist. Natürlich hat es mir vorbestellt. Auf jeden Fall von mir, Leute, habt ihr eine Empfehlung fürs Spiel. Aber es hat ja jedenfalls ein paar Macken in der Demo. Ich hoffe, diese Macken sind im echten Spiel nicht mehr da. Vor allem die Sache, dass mein Spielstack gelöscht wurde. Aber ist jetzt gegessen, Leute. Ihr habt jetzt meine Meinung gehört. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.